So, heute ist der 8. Juni. Wir befinden uns mal wieder auf dem Tradesee in Beliebuth. Es ist halb sieben, 18.30 Uhr. Die Windräder drehen langsam. Der Wind geht langsam runter. Ich schwenke mal in das Panorama des Tradesees. Wir haben 32 Grad Lufttemperatur. Es ruht sich nichts, aber auch gar nichts auf dem Tradesee. Außer die Haubentaucher und die Gänse. Die fühlen sich wohl. Kein Fisch steigt, keine Aktivität. Da hinten ist der Brocken. Schön zu sehen. Für heute wird Gewitter angesagt. Aber bisher ist davon nichts zu spüren. Okay. Tschüss. Später mehr.